Hallo liebe LEGO-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick-Fan aus dem schönen Kern in Österreich und heute LEGO Marvel Set Nummer 76291, das Avengers Ensemble Age of Ultron. 613 Teile für 100 Euro, aber es gibt eine Menge, Menge Minifiguren in diesem Set, wie wir hier unten auf der Verpackung sehen können. Iron Man, Black Widow, Captain America, Thor, Hawkeye und drei von denen, wie haben sie sich genannt, Hydra Trooper und eine Hulk Big Fig. Also von der Minifiguren-Auswahl würde ich sagen, schon einmal ziemlich cool. Der Rest, dieses Display-Ding, bin ich mir noch nicht so ganz so sicher, was das Ding tatsächlich kann und so weiter. Da lasse ich mich jetzt beim Zusammenbau überraschen und dementsprechend würde ich sagen, lasst uns anfangen. Viel Verblühen! Der Rest, der Rest, der Rest, der Rest, der Rest. Der Rest, der Rest, der Rest, der Rest. Der Rest, der Rest, der Rest, der Rest, der Rest. Der Rest, der Rest, der Rest, der Rest, der Rest. Der Rest, der Rest, der Rest, der Rest, der Rest, der Rest, der Rest. Der Rest, 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 der Rest. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018